Ja, ich glaube, dass dieses Kimmich-Geben, was du ansprichst, das schlummert schon ein bisschen in mir. Ich bin schon ein sehr emotionaler Spieler, der dann auch gerne mal ein bisschen ausbricht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir das brauchen im Training. Da muss man sich mal, auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen auf die Eier gehen. Und das muss auch akzeptiert werden, finde ich, dass der eine oder andere mal dann Spruch gedrückt bekommt, beziehungsweise dann auch mal gesagt wird, dass man jetzt gerade hier Mist verzapft hat oder irgendwie eine Sülze gespielt hat. Und dann wischt man sich den Mund ab und dann geht es weiter. Und ich glaube, nur so können wir als Mannschaft wachsen, wenn jeder still ist auf dem Platz und jeder das andere oder immer vom anderen akzeptiert, ohne mal eine Rückmeldung zu geben, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Und dementsprechend sehe ich mich da schon in der Rolle, dass ich auch mal den emotionalen Spieler geben kann. Das geht nicht nur alleine, da ist Jo, denke ich, der Vorreiter, von dem ich mir versuche, auch viel abzuschauen. Und nicht nur ich, ich glaube auch die anderen Jungs in Sachen Mentalität vor allem. Und nur so können wir als Mannschaft wachsen.